Liebe VdKlerinnen und VdKler, ein herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende. Wir haben viel erlebt. Die Corona-Pandemie hat uns alle beschäftigt und hat uns auch in unseren Veranstaltungen und in unserem Zusammensein eingeschränkt. Trotzdem haben wir viel gemeinsam geschafft dieses Jahr, wie zum Beispiel unsere Kampagne Sozialer Aufschwung jetzt, mit der wir die Bundestagswahlen begleitet haben. Sie alle haben mit ihrem ehren- und hauptamtlichen Engagement dazu beigetragen, dass der VdK gewachsen ist, dass wir über 2,1 Millionen Mitglieder haben, die gemeinsam für mehr soziale Gerechtigkeit im Land kämpfen. Ich als Präsidentin bin sehr stolz auf dieses Wachstum und auf unseren Zusammenhalt und sage Ihnen allen herzliches Dankeschön. Auch das nächste Jahr wird spannend. Wir haben einen Bundesverbandstag mit Neuwahlen. Wir werden eine neue Kampagne zum Thema Pflege starten und wir werden hoffentlich viele von Ihnen in Ihrem ehrenamtlichen Engagement zurückgewinnen. Dafür werde ich mich ganz persönlich mit meinem Präsidium einsetzen. Ihnen allen wünsche ich fröhliche Weihnachten und einen gesunden und glücklichen Start in ein neues und hoffentlich gutes 2022.